Das heißt, wenn ich ihn außer dem Hashtag snipe, bin ich gebannt. Ja. Hallo Franky, wie geht's, hermano? Hallo. Franky, wie geht's, hermano? Hallo Franky. Ist Dreamhack in Twitch oder open? Dreamhack ist open. Tweetest du jetzt auch auf Japanisch? Oh, Cloud. Ja, ich merk schon, Dinger. Dreamhack Hannover oder nicht? Dreamhack ist in Jan Köpping. Jan. Jan. Jan Köpping, Dinger. Oder...